Eine dieser Kugeln ist wie wir. Sie bewegt sich vorwärts durch die Zeit. Die andere hingegen rückwärts. Können Sie sagen, welche davon welche ist? Wie ist es jetzt? Wieso fühlt sich das so seltsam an? Sie schießen die Kugel nicht ab. Sie fangen sie ein. Wow. Wer ist der Amerikaner? Er wirkt nett. Ich habe ihn zum Abendessen eingeladen. Starke Fäuste für einen Diplomaten. Es gibt Menschen in der Zukunft, die uns brauchen. Haben Sie was im Sinn? Wird Ihnen nicht gefallen. Zeit ist nicht das Problem. Da lebend wieder rauszukommen, ist das Problem. Sie haben keine Ahnung, worauf Sie sich einlassen, wenn Sie durch diese Tür gehen. Tja, aber ich gehe, also wäre jeder Zipfel gekommen. Wenn Sie die Luftschleuse verlassen, nehmen Sie sich einen Moment zur Orientierung. Es können Verzerrungen beim Sehen und Hören auftreten. Was denken Sie, ist das alles? Die Trümmer eines kommenden Krieges. Sie wollen ein Flugzeug crashen lassen? Wie groß ist denn das Flugzeug? Der Teil ist vielleicht doch ein wenig dramatisch.